Ich brauche einen Siegertyp. Er darf kein Hasenfuß sein. Er muss schnell sein. Schleuderfest soll er sein. Er muss den Eiskanal fühlen. Zupacken muss er können. Er darf aber auch gerne eine Frau sein. Wir wissen, was wir tun. Sich in die Schüssel zu setzen und da runterzufahren, das ist einfach geil. Wenn man einmal drin ist, dann kommt man nicht mehr so schnell wieder raus. Ich habe den Geschwindigkeitsrekord. Jeder, der die Chance hat, da mitmachen zu können, sollte sie auch nutzen. Du bist wild und willst etwas bewegen? Du hast Biss und bist stoßfest? Du liebst Geschwindigkeit. Dann bewirb dich jetzt für die Wildcard und fahre mit Simon, Timo Scheider und mir im WeWalk-Team. Hol mit uns die Schüssel nach Hause. WeWalkU! 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 WeWalkU!